Damit klingt das Jahr aus. Ihnen und Ihren Familien wünscht die Firma Möbelkraft ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest. Bleiben Sie alle gesund. Trotz der Landesverordnung, die besagt, dass wir ab 16. die Geschäfte schließen müssen, sind wir telefonisch für Sie da. Wer Interesse hat, schauen Sie gern auf unsere Homepage. Kontaktdaten sind vorhanden. Wir freuen uns aber auf jeden Fall im nächsten Jahr auf Sie. Wichtig, dass Sie alle gesund bleiben. Vielen Dank. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von Möbelkraft. Seit über 125 Jahren Ihr Möbelhaus mit den garantiert kleinsten Preisen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.